Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch eingeht's gut. Ihr seid alle gut in diesen neuen Tag gestartet. Momentan trading wir auf ungefähr 19.550 US-Dollar. Ja, im Endeffekt wenig passiert. Wir haben ja darüber gesprochen, dass dieser Bereich hier oben, die 20.200, 20.400 US-Dollar, eigentlich so der perfekte Zielbereich sind, wo wir schon die letzten Tage eigentlich immer wieder darüber gesprochen haben. Ich glaube, Sonntag oder Montag haben wir auf jeden Fall schon darüber gesprochen. Wir sind genau hier rejected worden und sind dann mit einem kleineren Abverkauf wieder in die Region um 18.400 US-Dollar zurückgewiesen worden. Wie geht's jetzt weiter? Das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Video an. Ansonsten, bevor wir starten, lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, drückt auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt. So, also wie gesagt, momentan 19.500 US-Dollar. Ihr seht's hier nochmal ganz gut, unsere Widerstandszone, wo wir schon darüber gesprochen haben. Hier bis ungefähr 20.600 US-Dollar hätten wir Luft gehabt, da sind wir nicht ganz rangekommen. Der 200er SMA, 200er EMA waren hier schon starker, starker Widerstand. Wir sind dann bis circa 20.400 US-Dollar hochgekommen und dann hier ein bisschen konsolidiert und da sah es schon relativ shortverdächtig aus. Um hier mal einen kurzen Blick in den 1-Stunden-Chart zu geben, haben wir hier eine längere Konsolidierung gehabt mit einer Bearish Divergence. Deutlich abfallendes Volumen, was wir natürlich hier erstmal in der Konsolidierung nicht sehen möchten. Aber wir hatten halt davor diesen impulsiven Pump nach oben und die EMA Ribbons wurden dann auch ganz, ganz schnell wieder nach unten hin durchbrochen. Also das Void wurde dann auch ganz, ganz schnell wieder gefüllt. Dann sind wir bis auf, wie gesagt, 18.400 US-Dollar runtergekommen. Hier Support gefunden und jetzt haben wir schon wieder die Reise nach oben hin gestartet. Hier besonders nochmal anzusprechen ist vor allem der Bereich um das Golden Pocket, wo wir dann gestern auch zurückgewiesen wurden. Hier habe ich einen kleinen Short aufgemacht, der mittlerweile wieder auf Stop-Loss Entry ausgestoppt wurde, aber vorher Profite genommen. Die 4 Stunden EMA Ribbons momentan guter, guter Widerstand hier. Was ist jetzt wichtig? Also wir müssen auf jeden Fall über das Golden Pocket. Wir haben im 4-Stunden-Timeframe auf jeden Fall im RSI noch ordentlich Luft. Das Volumen nimmt wieder ein bisschen ab. Trotzdem, wie gesagt, haben wir die Luft bis sogar 20.700, 20.800 US-Dollar hier nochmal in den Bereich vorzustoßen und dann wird es interessant. Sollten wir dann hier wieder zurückgewiesen werden, gehe ich einfach davon aus, dass wir endgültig mal die 17.500 US-Dollar sehen. Schaffen wir es jedoch hier auszubrechen, dafür gehen wir uns mal ganz kurz in den Daily-Timeframe, sind wir schon an unserem Falling-Redge angekommen. Ich mache mal hier nochmal ganz kurz das Golden Pocket weg, dann seht ihr es ganz gut. Dann sind wir hier schon an unserem Golden Pocket angekommen, an unserem Downtrend von dem Falling-Redge angekommen. Und dann wird es natürlich interessant, schaffen wir hier das Breakout. Vor allem möchte ich dann aber ein impulsives Breakout sehen. Das heißt, dass wir locker hier in dem Bereich der 24.000 US-Dollar oder 23.300 US-Dollar auf jeden Fall vorstoßen, weil wir hier oben noch eine Ineffizienz haben. Dann wieder ein Abverkauf sehen mit einem möglichen Retest. Dann ist es extrem bullisch, meines Erachtens nach. Ach, trotzdem, solange wir da nicht ausgebrochen sind, bin ich da einfach noch ein bisschen vorsichtig, um mit sich zu sagen, ja, wir sehen jetzt hier bald ein neues All-Time-High. Falling-Redge auf jeden Fall, extremer Widerstand seit Monaten, wo das gilt. Deswegen, wir haben auch noch Luft hier in dem Bereich der 14k. Ich schreibe das noch nicht ab, aber erstes Ziel sind meines Erachtens weiterhin diese 17k. Würde auch zu einem möglichen Wyckoff-Pattern passen. Ihr wisst, ich bin kein Fan davon, aber trotzdem, einfach hier diese Spring-Phase, wo wir einfach nochmal ein tieferes Tief finden, ein bisschen konsolidieren. Und dann das Breakout aus diesem Falling-Redge wäre schon wirklich ein gutes, gutes Zeichen jetzt auch für das Ende des Jahres. Auch wenn jetzt wieder die News, die negativen News deutlich, deutlich zunehmen mit der Gaspipeline etc. pp. Aber gut, man soll sich nicht zu sehr von News wieder beeinflussen lassen. Trotzdem, momentan sieht es ganz gut aus, dass wir doch noch ein bisschen steigen könnten, zumindest in dem Bereich der 20.700 US-Dollar. So, dann gleicher Blick auf Ethereum, aber hier wieder bitte den 4-Stunden-Chart, weil hier haben wir im Endeffekt ein gleiches Chartbild, so wie bei Bitcoin. Auch hier sind wir ins Golden Pocket gekommen, beziehungsweise minimal drüber, aber auch hier nur diese Wigs hier nach oben. Das bringt natürlich sehr, sehr wenig, also für einen Breakout brauchen wir da deutlich mehr als so ein paar Wigs, die hier aus dem Golden Pocket rauskommen. Aber auch hier, kleiner Short-Gästen reingemacht, Stop-Loss-Endure jetzt mittlerweile ausgestoppt, aber auch hier minimal Profite. Die 4-Stunden-Ever-Ribbons momentan als Support bestätigt, sieht ganz gut aus, auch der RSI hat noch Luft, Volumen klar, nimmt wieder deutlich ab. Was aber hier weiterhin der Zielbereich ist, ist der Bereich um die 1.415 US-Dollar. Den haben wir ja schon mal angesprochen, sind leider hier nicht ganz hingekommen, sind genau bei 1.400 US-Dollar gedreht und dann nach unten gegangen. Also den Short habe ich leider nicht mitgenommen, bei BTC hat es gut ausgesehen. Bei Ethereum habe ich mich dann doch ehrlich gesagt nicht reingetraut, auch wenn, sage ich mal, die sich eins zu eins gleich verhalten. Aber hier, wie gesagt, die 1.415 ist das erste Ziel. Brechen wir hier ohne Probleme durch, könnten wir hier sogar in den Bereich der 1.490 US-Dollar kommen. Das wäre aber wirklich nur das Ziel, sollte Bitcoin auch die 20.700 US-Dollar reichen. Dann wäre hier mögliches Short-Potenzial in dem Bereich, aber auch dann haben wir noch eine Ineffizienz bei ungefähr 1.550. Also Ethereum momentan zu shorten, tue ich mir deutlich, deutlich schwerer, hat den Aspekt, wir haben hier einfach noch deutlich mehr Luft nach oben, was die Ineffizienzen anbelangt, was so die nächsten Widerstände anbelangt. Also hier, die ersten Widerstände, sage ich jetzt mal, interessant, der Bereich 1.480 bis ungefähr 1.500 und dann große, große Lücke bis ungefähr 1.550 US-Dollar. Das sind die Zonen, die ich momentan für einen Short anvisiere. Long Setup tue ich mir hier momentan, ehrlich gesagt, auch noch schwer. Hier hoffe ich, ehrlich gesagt, auch noch mal auf den Rücksetzer in dem Bereich der 1.300 US-Dollar, um eine mögliche Position aufzumachen. Ansonsten warten wir erst mal ab, shorten momentan spricht nichts dafür, deswegen ist auch Bitcoin wieder zu, habe ich jetzt auch keine neue Beziehung aufgemacht. Aber gut, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Dann kurzer Blick rüber zu XRP. XRP konsolidiert einigermaßen, nachdem wir unser Hoch bei 0.55 US-Dollar gefunden haben. Jetzt die vier Stunden E-Mail Ribbons das erste Mal als Widerstand anerkannt. Hier warte ich auch noch auf den möglichen Long Impuls bis bei ungefähr 0.41 bis ca. 0.40. Wir haben hier unten eine Menge, Menge Support, auch durch unsere ehemalige Range, wo wir ausgebrochen sind, wo wir aber schon Retests gesehen haben. Aber hier unten kommt eine Menge, Menge Überschneidungen in Form des Golden Pockets, in Form von vielen Supportzonen. Also nochmal so ein kleiner Rücksetzer in diesem Bereich, auch mit einem tieferen Tief, um die Liquidität hier drüben abzugreifen. Wäre schon relativ hilfreich, um dann von hier aus eine Long Position wieder mit einem neuen Setup nach oben hin aufzubauen. So, dann Luna Classic, haben wir ja drüber gesprochen im, ich glaube, letzten Video oder wann war es? Ich glaube im letzten Video sogar, 26. September, ja im vorletzten Video. Ja, früh gesagt, ja, kaufen sieht ganz gut aus, zumindest mal klein reinkaufen. Dann haben wir einfach hier einen 70% Pump gemacht, also Glückwunsch, wer da echt gekauft hat noch. Mittlerweile trotzdem, ich gehe hier nochmal von sinkenden Kursen aus. Also für mich ist das noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das Risiko ist noch deutlich, deutlich da, dass man hier nochmal runtergehen könnte in dem Bereich der 0,15 bzw. 0,16. Das wäre dann nochmal der größere Spotorder, wo ich da reintun würde. Ansonsten ist man jetzt hier erstmal drin, die 4 Stunden E-Mail Ribbons als Support erstmal gefunden. Trotzdem, Luna Classic echt, also ich trade es auf jeden Fall sehr, sehr ungern. Hat einfach den Aspekt, weil es einfach zu volatil ist, zu krass, die Bewegungen dann immer so unvorhersehbar. Also hier eher Spot langfristig, aber ansonsten würde ich hier absolut die Finger von lassen. Gut, dann noch ein kurzer Blick auf Polkadot. Und auch hier, Ineffizienz wurde geschlossen, sieht gut aus. Wir haben jetzt erstmal noch Luft bis in den Bereich der 0,663 und dann brechen wir, sag ich mal, die nächste Ineffizienz und dann bis ungefähr 7 US-Dollar. Hier schauen wir dann mal nach einem möglichen neuen Short-Set ab, weil wir hier unser letztes Hoch haben. Das würde eigentlich ganz gut passen hier in diesem Bereich. Darüber noch zwei Ineffizienzen. Aber ansonsten, momentan, sag ich jetzt mal, die nächsten ein, zwei Tage erstmal ein bisschen abseits. Bevor wir dann, oder bevor dann wirklich die Entscheidung kommt, gehen wir hier endgültig nochmal runter. Oder war es das jetzt? Oder haben wir unseren Boden schon bereicht? Ich bin da noch nicht wirklich von überzeugt. Soviel dazu. Wenn ihr irgendwelche Altcoin-Wünsche habt, gerne in die Kommentare unten reinschreiben, wenn wir uns ein paar Altcoins angucken sollen die Woche. Ansonsten noch ganz, ganz kurz zur News. Dominikanische Republik startet den karibischen Kryptogipfel. Ja, jetzt gibt es auch in der karibischen Kryptogipfel, also es wird sehr, sehr interessant. Wenn euch der Artikel interessiert, gerne bei CryptoGuru vorbeischauen. Ansonsten kommt auch gerne Chart-Analysen immer mal wieder von mir. Das war es von mir. Ich würde sagen, wir hören uns dann morgen früh zu einem neuen Update-Video wieder. Bis dahin, lasst dem Video ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Freue ich mich drauf und bis dahin, ciao, ciao, stay crypto.